Ich zeige dir, wie du unter Windows 11 die Taskleiste Farbe ändern kannst, auch beim hellen Modus. Wie das geht, bleibt dran. Hallo und schön, dass du dabei bist. Ich zeige dir heute, wie du die Taskleiste Farbe unter Windows 11 ändern kannst, auch beim hellen Modus. Und zwar ist das so, dass Windows 11 nur bei dem dunklen Modus erlaubt, die Farbe der Taskleiste zu ändern. Und zwar mit einer kleinen Einstellung, dass die Taskleiste auch beim hellen Modus die gewünschte Farbe hat. Und zwar, du startest die Einstellung, am besten mit der Tastenkomponation Windows Plus I. Klickst du dann links auf Personalisierung und weiter auf Farben. Wie du hier siehst, habe ich hier hell eingestellt bei diesem Modus. Und hier unten kann man diese Funktion nicht aktivieren, damit die Taskleiste eigene Farbe bekommt. So, und wenn ich hier oben auf dunklen Modus umstelle, kann ich hier unten jetzt aktivieren. Wie du siehst, die Farbe hat sich hier unten schon verändert. Und kann die gewünschte Farbe auswählen. Aber was ist denn, wenn ich den hellen Modus benutzen kann? Da gibt es eine kleine Einstellung. Und zwar, du wählst jetzt hier oben hell aus. Dann, äh, nicht hell, Entschuldigung, äh, benutzerdefinierte. Dann wählst du hier auf diesen Windows Modus auf dunkel. Jetzt hat sich alles verdunkelt und hier unten kannst du jetzt diese Akzentfarbe für die Taskleiste aktivieren, diese Option. Und wie du siehst, hat sich jetzt gerade auch noch die Farbe verändert. Und jetzt kannst du die gewünschte Farbe auswählen, so wie du es gerne haben möchtest. Und die Farbe ist jetzt, äh, wird angezeigt, auch beim hellen Modus. Ich hoffe, dass ein Tipp dir geholfen hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Abo würden wir uns freuen. Vielen Dank und bis dann.